Beim Flugzeug sehe ich jetzt keinen. Rutsch. Ich renne da jetzt mal runter. Kommst du mal rum? Halt mich. Im LKW saß er dann. Du sollst nicht verstehen, wie du das jetzt geschafft hast, oder? Ne, das war bisher eigentlich. Okay. Wenn du selber eine Frage steigst, dann ist das bestimmt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wenn du da rein kannst, kannst du echt nur tausend? Gar nicht. Dui tausend zweihundert. Gefällig. Die Melapur im Nahkampf ist echt scheiße. Dann lebt der Vogel jetzt schon in dem Bunker da oder ist? Nein, noch nicht so. Hab einen. Ah ok, der eine klettert gerade hoch. Oh, Gleiter da auf dem Schwung. Der andere bewegt mich gerade auf dem Bunker. Ich habe einen Kleiderzeit mit dem Standbild wieder. Mit der Small kann ich da beim Panzer was ausrichten mit einem Schuss? Ja, wenn du triffst. Wohin? Das ist egal, das ist egal. Feuerwehr. Für das eine was weiß was vom anderen. Oh man. Ach guck, die Eile war ne Bucke. Von wo hat er mich jetzt getroffen? Wohin! 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 Javi